Hier ist Alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Das ist die Alte Schule, mein Name ist Carsten Arndt und bei mir gibt es die Geschichten aus der goldenen Ära des Automobils. Und es gab auch eine goldene Ära jenseits des eisernen Vorhangs und ich freue mich, einen der ganz Großen des Automobilsports der DDR begrüßen zu dürfen, Peter Mücke. Er hat im Ostblock so ziemlich alles in Grund und Boden gefahren, ist dann europaweit mit einem selbstgebauten Autocross-Buggy an den Start gegangen und gleich mehrmals Europameister geworden. Und nach der Wende ist er durch seinen Sohn, den Profi-Rennfahrer Stefan Mücke, in die Rolle des Teamchefs mehr oder weniger reingestolpert, was dazu geführt hat, dass er mit Mücke Motorsport jetzt den größten privaten und herstellerunabhängigen Rennstall Deutschlands besitzt. Eine spannende Geschichte und ich freue mich, dass er sich die Zeit für mich genommen hat. Herzlich willkommen, Peter Mücke. Erzählen Sie mal so ein bisschen aus der alten Zeit. Wie ging das bei Ihnen los? Ihr Vater war, glaube ich, auch motorsportaktiv. Mein Vater war damals, ich glaube, so etwas Landestrainer für Motorrennsport und von daher war es eigentlich vorprogrammiert. Ich bin fast jedes Wochenende schon irgendwo auf Rennstrecken mit gewesen. Bei uns auf dem Hof, wenn keine Rennveranstaltungen waren, waren 20, 30 Motorräder, die beschraubt wurden und fertig gemacht wurden, auch für Veranstaltungen und so etwas. Da kam ich nicht so richtig drum rum. Ähnlich wie es mit meinem Sohn gegangen ist, da war es nicht anders. Wir haben weder Fußball noch Klavier oder sowas gehabt. Von daher blieb es für ihn auch nicht viel mehr als auf Rennstrecken, sich umzugucken. Und irgendwann kommt immer der Gedanke, das selber zu machen, was der Vater da macht. Das ist ja am Anfang vielleicht ein Kopie-Effekt, den derjenige machte, aber so war es halt, ja. Ihr Vater war Landestrainer. Was kann man sich darunter vorstellen? Hat er jungen Rennfahrern Ideallinie beigebracht oder Autos gebaut? Nein, das war so. Er ist selber auch ein bisschen mit Motorrädern unterwegs gewesen, aber hauptsächlich dieser Job war der, das Ganze zu organisieren. Das heißt, wenn Rennveranstaltungen waren, die Organisationen über die Fahrer, dass die Veranstaltung lief und diese Dinge halt. Und wenn man bei YouTube sieht, so alte Filme, das ging richtig zur Sache bei Ihnen. Also Sie haben geile Rennstrecken, Schleizer Dreieck, Sachsenring und ich glaube, Sie sind auch Rennen gefahren über die DDR hinaus. Ja, ja, richtig. Erzählen Sie mal, wie ging es bei Ihnen los? Also was war das Erste? Das ging so los, dass ich natürlich technisch interessiert war. Habe ja Kfz-Schlosser erlernt, dann anschließend mal einen Meister gemacht. Nie, um mich selbstständig zu machen, aber einfach, um vom Kopf her Dinge besser zu verstehen und auch offen zu sein. Aber daraus resultierend habe ich schon in der Lehre angefangen, an eben Formel 3 mitzuarbeiten, was zur Folge hat, dass man dann natürlich in diesen Mechanikerbereich reinkommt. Daraus resultierend habe ich dann einen Tourenwagen und so einen damals RS 1000, also einen Sportwagen, betreut. Irgendwann hat von einem Tag auf den anderen der Fahrer aufgehört und hat gesagt, er hat keine Lust mehr. So, dann standen wir da mit meinem Freund zusammen, der auch Mechaniker dabei war. Wann machen wir ihn jetzt? Na gut, da kam die Bemerkung, du fährst ja mit deinem normalen Auto, damals ging das noch, mit deinem normalen Auto auch ständig anerkannte, dann machen wir das selber. Ja, da bin ich viel zu aufgeregt für, denn das wird nicht werden, der doch sagt, komm, probieren wir einfach. Ja, da haben wir ein Rennauto uns aufgebaut, das war ja damals völlig anders. Die Kohle dafür hatte ich nicht, gar keine Rede von, aber die technischen Fähigkeiten schon. Also haben wir uns aus Unfallteilen, ich habe zu der Zeit in der PGH gearbeitet und Wartburgs repariert. War naheliegend, einen Wartburg aufzubauen, einen krummen Rahmen genommen, Karosserie-Teile, die kaputt waren, wieder richtig gemacht. Also wirklich aus Schrott so ein Ding aufgebaut, okay, Motor getunt und alles, was dazugehört. Und in der Endkonsequenz, erste Rennen bei neuer Schleife, waren wir auf Schlag vierter, war ich selber verwundert. Aber ja, von da an ging es relativ schnell, nach einem halben Jahr dann in diese Nationalmannschaft, nannte sich das damals auch, gekommen und von daher dann auch internationale Rennen gefahren. Das war ja, man könnte das als Osteuropameisterschaft bezeichnen. Alles, was zum Osten gehörte, da sind wir erfahren, ob in Russland, Rumänien, Bulgarien, Polen und, 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 war anders wie heute, war aber auch sehr schön. Aber gewinnen musstest du trotzdem. Ja, das stimmt. Es spielt keine Rolle, welche Grundlage das war. Im Gegenteil, man hat sich natürlich, und das war bei mir immer so der Anreiz, sehr, sehr viel mit der Technik auseinandergesetzt. Also heute ist ja oftmals die Generation Rennfahrer reinsetzen und nun mach mal und anschließend Kaffee trinken. Die, ja, wir haben, richtig, wir haben rund um die Uhr geschraubt, also ich weiß, dass das etliche, teilweise etliche Nächte durchging, bis wir dann wirklich zum Rennen fahren konnten oder am Start waren oder selbst, wenn sonnabend ein Rennen war und sonntags war noch eins, dann haben wir die halbe Nacht durchgeschraubt und wenn wir nicht geschraubt haben, dann sind wir in die Disco gegangen. Okay, für die halbe Stunde morgen Rennen fahren wird schon reichen. Andere Zeiten, andere Voraussetzungen, aber es war relativ erfolgreich. Man darf nicht vergessen, in der Zeit sind ja wirklich noch die anderen Nationalmannschaften ganz anders gefordert worden. Bei uns war das selbst schrauben und eigenständig finanzieren und machen und tun. Da gab es null Unterstützung. Wenn man Erfolg hatte, dann kamen die Herren Funktionäre und haben gesagt, na gut, okay, du kannst mit raus und da und da und da fahren, mussten wir aber selber finanzieren. Ach, echt, dass sie reichen und das alles? Ja, 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 klar. Was bei den anderen völlig anders war. Bei den Russen-Werksmannschaften, bei den Tschechen-Werksmannschaften, bei den Polen, bei den Rumänen, die hatten alle Werksmannschaften, das heißt, die wurden dementsprechend gefördert, kriegten Autos und Material und hatten natürlich auch andere Möglichkeiten. Andere Möglichkeiten von dem, ich sag mal, simplen Bereich für einen Satz Reifen, den wir heute runterschmeißen würden. Bin ich nach Brünn gefahren, 200 Meter durch Kornfeld gerobbt, über einen Zaun geklettert und hab mir die rausgeholt, die die bei Dunlach schon aussortiert hatten. Und bin damit gefahren, war aber immer noch besser als das normale Material, was wir zu der Zeit hatten. Aber das ist egal, es war trotzdem schön. Ja, klar. Ja, wichtig ist zum guten Schluss, du warst dabei, du konntest auch Rennen gewinnen teilweise. Und ja, es war auch ein unheimlicher Zusammenhalt mit den eigenen Mechanikern. Es war halt eine Truppe da, aber jeder hat das Letzte gegeben. Sind Sie da noch Wartburg gefahren oder sind das dann später... Zu Anfang die ersten Jahre Wartburg, ich glaube, die ersten drei Jahre, wenn nicht, nicht zwei Jahre. In welchen Jahren war das ungefähr? 73, 74 war es noch Wartburg, 75 haben wir dann auch wieder von... Da gab es eine, DAZ nannte sich das Handelszentrale für Unfallwagen, die man... Aber da gab es keine Papiere, die durften man nicht mehr für den Straßenverkehr machen. Da haben wir uns ein Sastava geholt. Das war der Fiat des Ostblocks, ne? Das ist, ja, 128 Fiat im Prinzip aus Jugoslawien. War technisch für mich das zurzeit beste Auto vom Grundkonzept her. Gewichtsmäßig schon mal günstig, die Motor vorne quer drin und alles, die sind relativ günstige Gewichtsverteilung. Den haben wir uns geholt und aufgebaut und... Ja, da kann ich, also wir können es nicht so lange machen, sonst erzähle ich zu viel. Ja, klar, wir haben Zeit. Okay, da ging es also auch, um dieses Auto fertig zu machen, bis an den Anschlag. Also, wir haben bis normal halb fünf, fünf alle gearbeitet, haben uns dann in der Werkstatt getroffen und es ging jeden Abend. Bis eins, zwei, nächsten Tag um sieben wieder arbeiten und abends ging es wieder weiter. Man muss schon sagen, die Mechaniker, die das mit... Für mich war es ja noch immer ein bisschen andere Motivation, weil ich selber drinnen sitzen konnte und das fühlen konnte. Auch das fühlen konnte, was wir geändert und aufgebaut haben. Aber für die war es schon schwierig. Also, entweder habe ich nach einem Jahr die Mechaniker verloren oder der seine Freundin. Eins von beiden hat fast immer zugetroffen. Es war nicht leicht, weil wir eben fanatisch waren und dementsprechend gemacht haben. Da war es genauso. Wir haben, kann ich mich entsinnen, neben der Werkstatt eine Luftmatratze gehabt. Da konnte jeder mal sich zwei Stunden hinlegen, wenn er nicht mehr konnte. Aber wir haben zwei Nächte durchgearbeitet. Und, ja, in der Inkonsequenz dann auf der letzten Minute nachts um einzig, glaube ich, los Richtung Schleiz. Schleizer Dreigrennen war da. Und, ja, das kam, wie es kamen musste. Auf der Hinfahrt dann, glaube nicht mal 100 Kilometer vor Berlin, Mischendorf, irgendwo davor standen wir im Wald, weil der Mechaniker eingeschlafen war. Wir sind mit beiden Autos, mit dem Wartburg und dem Sastava hingefahren. Wartburg war ein Eimer, Zugwagen war ein Eimer, Hänger hatte eine ziemliche Delle drin, haben umgedreht, die ganze Gerümpel nach Berlin gebracht, haben dann den Sastava ans Seil gehangen und haben den per Seil nach Schleiz gezogen. Waren frühmorgens, klub um acht da, um neuner fing Training an. Und, gut, um zehn Uhr standen wir auf Pol. Also, alles gelaufen. So kann man es auch machen, ne? Ja, ja, ne, waren schon chaotische Sachen, aber wenn ich mich umdrehe, nicht, dass ich derzeit hinterher hänge, heute ist es genauso schön, manche ist es schwieriger, manche war damals schwieriger, aber in der Endkonsequenz hatte dann viel, jemand hat extrem viel gelernt, weil, ich habe immer gesagt, wir müssen ja das zweite Mal das Fahrrad erfinden. Das Fahrrad, ich habe es drüben schon längst. Aber wir hatten viele Sachen halt nicht und auch nicht die Kenntnisse davon, also haben wir angefangen, das anzufertigen. Und dementsprechend musstest du dich damit auseinandersetzen. Ich sage mal, wie ich in späteren Jahren dann den ersten Motor mit Einspritzanlage gemacht habe, sowas lief schon längst. Aber woher sollte ich wissen, wie? Also habe ich es selber nochmal von, ich war damals 142 Bremsungen auf dem Prüfstand, bis ich das Kennfeld hatte. Aber dann hatte ich es und habe auch gewusst, was ich da tue. Und natürlich manche in anderen wiederum nicht wusste. Was haben Sie da rausgeholt aus so einem Auto? Kann man da mal was sagen? Sastava, das... In Wartburg waren wir so bei 125 PS, beim Sastava 145, vielleicht in einer Endkonsequenz 150. Aber bei dem Wagengewicht von 800 Kilo? Aha, nee, nee, aber das haben wir uns nicht abgeben. Wir hatten 1100 Kubik zu der Zeit und das, glaube ich, Minimumgewicht waren 670. Da ging schon richtig zur Sache, ne? Wir haben den runtergekriegt auf 655. Aber das wird unendlich, wenn man so anfängt zu erzählen. Das war eine Winterarbeit, wo ich gesagt habe, gut, okay, wir müssen unbedingt Gewicht holen, weil kann man ja ausrechnen, wenn wir aus dem Ding nochmal 30 Kilo raus holen können, dann machen wir nach dem Start bis oben zum Buchhübel in Schleitz, die erste Linksecke, machen wir mit Sicherheit 15 Meter. Ja, so, wir haben die rausgeholt und am Ende war das, Tatsache, erste Rennen, 15 Meter als erster Rennen in die Ecke. Wir haben dann, weil wir unter das Gewicht so hergekommen sind, wieder Blei aufgefüllt unten in die Schwellerin, ist natürlich vom Schwerpunkt her der idealste Bereich, sodass wir das Gewicht auch noch günstiger gestalten konnten. Gut, und das Auto war relativ unschlagbar. Ja, das denke ich. Das ist ja alles im Grunde Boden gefahren, ne? Zu der Zeit, ja, muss man so sagen, im Normalfall, wenn alles gehalten hat und manchmal war es schon schwierig, weil man an den Limit gegangen ist, aber war das Auto schon sehr konkurrenzfähig. Konnte man da, also, jetzt ist vielleicht jetzt sehr platt, aber man sagt ja immer, man hat zwölf Jahre auf den Trabi gewartet, wenn was kaputt gegangen ist. Also war das dann erstmal der Saison aus oder hatten Sie da immer schon Teile liegen, die Sie... Sie dürfen nicht so viel fragen. Kommen sonst immer wieder neue Geschichten raus. Ja, raus damit. Dazu habe ich noch eine Erinnerung, ja. Ich bin gefahren in Schleiz zu der Zeit mit dem Wartburg. Zweite Jahr war das, glaube ich. Ja, zweite Jahr. Deutsche Meisterschaft als erste Rennen, habe ich gewonnen. Nächste Rennen dann am gleichen Tag, nachmittags, war dann dieser Osteuropameisterschaft-Pokal der sozialistischen Länder, hatte sich das. Ich war Zweiter und war... Damals habe ich noch Profilreifen gefahren, der vor mir fuhr auf Slicks. Ich war aber der Meinung, die Ecke geht auch kurz vorm Start und Ziel. Die geht doch voll. Jetzt, das ist ja oftmals so, das ist immer so eine Geschichte zwischen Kopf und Fuß. Normalerweise sagt der Kopf, jetzt machst du das. Und der Fuß sagt, nee. Diesmal hat der Fuß ja gesagt. Ich habe das Ding flett genommen und bin abgeflogen durch zwei Järten, drüber über die Straße, nochmal durch den Zaun und dann stand hinter mir der Baum im Auto. Ein Resultat war das. Wochenende später war ein Most, der nächste Pokallauf. Und da haben mich die Herren nicht fahren lassen. Die haben mir glatt gesagt, also das, was du hier gemacht hast, das geht überhaupt nicht. Hier waren 250.000 Zuschauer, die warten 20 Jahre auf den Wartbrich und du zertrümmerst den hier. Das war die Ansage? Das war die Ansage. Und schon durfte ich nächstes Mal nicht teilnehmen. Okay. So viel dazu. Aber am Ende, sie brauchten mich dann doch wieder und dann war ich beim übernächsten Rennen wieder dabei und dann ging es weiter. Den Wartbrich haben wir wieder aufgebaut und die fachlichen Möglichkeiten hatten wir ja und dann ging es weiter. Sind Sie auch mal im Westen gefahren? Also ich weiß, dass einige, also es gab zum Beispiel Kurt Ahrens, den haben wir auch schon interviewt. Der ist teilweise auch im Osten gefahren, Most und was weiß ich was. Sind Sie? Ja, der hatte das einfacher. Von da, wo er herkam. Das war ein Wunschkonzert. Von da, wo ich herkam. Gab es keine Wünsche. Also es ist dann, ich habe das ja, ich weiß nicht wie viele Jahre gemacht, nachdem wir eigentlich alle gewonnen hatten, was zu gewinnen war, war so ein Punkt da. Das Reglement wurde von den damaligen Funktionären immer enger gefasst. Also es fing damit an, zu Anfang sind wir noch mit Doppelwebervergasern gefahren, was natürlich vom Motortuning her optimal war. Dann musste plötzlich ein Serienvergaser wieder sein. Da war schon alleine eine Wissenschaftfertigoste, dem Ding umgebaut und geändert habe, dass der zwar noch dem Reglement entsprach war, aber trotzdem wieder Leistung kam. Aber es wurde halt immer komplizierter. Und da hatte ich dann keine Lust mehr, weil du zu weit eingeengt wurdest. Und ich habe mal nebenbei schon immer ein bisschen angefangen, Windsurfen zu machen. Und es hat auch viel Spaß gemacht, auch mit dem Mechaniker zusammen. Da haben wir gesagt, gut, okay, jetzt können sie uns mal. Wir haben mal versucht, ein Jahr zu surfen, aber das hat nicht funktioniert, weil entweder hatte ich keine Zeit, dann war Wind. Und wenn ich Zeit hatte, war kein Wind. Und damit hat das nicht dauerhaft Spaß gemacht. Und ein Zinsschlüssel dafür, dass man Wind einschalten konnte, war nicht. Habe ich gar nicht gefahren, Autocross zu machen, weil ich schon vorher parallel mal ein bisschen mitgefahren habe. Ist eine hochinteressante Geschichte gewesen, weil man da, und das war schließlich der Grund, warum ich da hingegangen bin, wirklich alles konstruieren konnte, wie man wollte. Du musstest ein Käfig haben und der Rest war frei. Egal, Motor, Getriebe, Achsen, Allrad nicht. Du konntest alles machen. Da konnten sie alles ausspielen, das ganze Know-how. Richtig. Das war hochinteressant und das ist uns auch relativ schnell gelungen, da in Europa auf jeden Fall konkurrenzfähig zu sein. Und ja, dann kam irgendwann, als es in der DDR schon, also da sind wir noch diesen Osteuropapokal gefahren, aber als es schon anfing, sehr, sehr doll zu grummeln und Demos kamen und alles so was und die Herren die Hose voll hatten, hieß es dann, okay, wer in den Welt- und Europameisterschaftsläufen unter die ersten fünf kann, den können wir rauslassen. Unbeschreiblich, okay, du kannst jetzt Europameisterschaft fahren. Wie? Ja, das musst du selber machen. Also, kein Geld, nichts, gar nichts. Das Einzige, was ich gekriegt hatte, war... Ein Stempel im Pass. Ein Stempel im Pass, aber der musste immer im See fliegen bei Ihnen. Den habe ich nur gekriegt, weil wir losgefahren sind. Die Mechaniker mussten alle verheiratet und Kinder haben. Dass sie auch zurückkommen. Dass sie auch zurückkommen, einschließlich ich. Gut, dann sind wir halt losgefahren nach Portugal als Beispiel. Sonntags los, eine Woche über Landstraßen, weil wir ja nicht Geld hatten für die Autobahnmaut. In dem, das waren siebeneinhalb Tonner mit Anhänger, hatten wir, also Essen, Trinken sowieso, Selbstverpflegung, ja, keine Frage. Dann haben wir insgesamt 2000 Liter Diesel eingetankt, damit wir hin und zurück kamen, weil wir ja auch kein Geld hatten, um da zu tanken. Gut, aber insofern war es nicht schlecht. Das hat geklappt. Ich bin unter die ersten fünf gefahren und dann kam auch noch zum Schluss noch, ich glaube, dreimal Europameister mit dazu. Von daher bin ich unter die ersten fünf gefahren und dann auch dreimal, glaube ich, die Meisterschaft gewonnen. War auch eine interessante Zeit. Eine interessante Zeit, wie ich es schon gesagt habe, konstruktiv. Also, das ging ja dann zu der Zeit. Das war halt auch so typisch. Ja, okay, du kannst da fahren. Der Hintergrund war eigentlich der, dass wir bei den Pokalläufen weit vorne waren. Da waren aber auch viele Westfahrer mit dabei, die was schlagen konnten. Und so haben die sich ihr Urteil gebildet. Ja, aber womit fährst du denn? National durften wir nur mit maximal 1600 Kubik fahren und mit einem Ladermotor oder einem Zastava-Motor oder so was. Also, dann nur eine Achse angetrieben. Allrad war aber Standard in der Europameisterschaft. Also, haben wir ein neues Auto gebaut, komplett mit Allrad und welchem Motorrad. Porsche-Motor konnten wir uns, also Porsche war da sehr konkurrenzfähiger Motor, konnten wir uns nicht kaufen, kostet zu viel. einen VW aufgeladen, das ähnliche Problem. Ich hatte dann mal, ich hatte ja eine Motorradwerkstatt zu der Zeit, hatte dann mal die Gelegenheit, zwei, drei Mal mit so einer Yamaha 57 zu fahren. Und dann, boah, geil, das Ding von unten raus bis oben. Gut, haben wir uns jedenfalls über diese Schiene zwei Unfallmotore von Unfallmotorrädern besorgt und die eingebaut. Zwei Motoren? Zwei Motoren. Einen für die Vorder-, einen für die Hitter-Axel? Nein, gekoppelt nebeneinander. Diese Ideen waren auch alle da, aber solange, wie wir gesagt haben, ja, okay, Gewichtsverteilung altet, du brauchst es ja für den Start möglichst viel hinten. Ja, ein Allradsystem ausgeklügelt, viel mit dem Allradsystem, experimentiert, wie, wann, was am besten geht. Und das waren schon extrem interessante Geschichten. Und dann auch wieder natürlich super, super leicht, aber trotzdem von der Festlichkeit her gut. So Autocross denkt man immer an viel Dreck und Staub, hat es da auch, hat es da bei der Rallye auch. Aber wenn ich mal sehe, was sich heutzutage bei der Rallye entwickelt hat, das hatten wir damals schon. Also es war mehr oder weniger ein Vollschritt. Das ist heute viel hochwertiger und viel technisch interessanter noch. Aber wir sind teilweise einfacher weh gegangen, aber am Ende, du willst die Kraft auf die Erde bringen. Und diese Schicht mit den Motorradmotoren hatte den Vorteil, da war Kupplung, Getriebe, Motor, alles schon mal in Ehem. Gewichtsmäßig war dann extrem günstig, so ein Motor, wo ja bei weitem nicht so viel wie ein normaler Automotor. Aber ja, und dann ging das los. Dann ging das los. Können wir was sagen? Also zwei Motoren, A, 100 PS? Nee, 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 wir haben die schon noch ein bisschen nachgefeilt. Also die erste Version war die mit, was hatten wir da drin, 280 PS in etwa. Also die gekoppelt, 140 pro Motor. Dann haben wir noch mal nachgelegt, dann haben wir ihn mit Reihen gebaut. Das war dann schon richtig heftig. Da waren wir irgendwo bei 440 und 600 und ein paar Kilo. Also das hat dann richtig, nee, Moment, das ist ja falsch. Der hatte noch mehr, der hatte knappe 600 und damit waren wir fast 1 zu 1 von den Kilo und zudem zur Motorleistung. Also das war, wenn man mit dem gestartet hat, dann war es wirklich so, als ob einem einer mit einem Golfschläger in den Rücken haut und du fliegst als Ball. Das war wirklich enorm, man hatte sechs Jahre, also das Ding nur bang, 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 war es nur am Schalten und Machen und Tun. Zum Schluss dann schon mit Schaltung über Luftdruck und alles, um wirklich alles auszuquetschen, was man machen konnte. Das war schon ganz schön getüftelt, ne? Ja, und schön getüftelt. Ja, und du musst ja auch erstmal zwei oder drei Motoren synchron kriegen, dass die auch wirklich immer das Gleiche tun wie der andere gerade. Zwei oder drei Motoren, sie hatten nachher drei Motoren. Drei oder drei, ja. Das ist unfassbar. Und das sind dann, also... Das waren zwölf Zylinder. Zwölf Zylinder in Reihe, das schon alleine... Der Sound ist schon geil, aber... Die Auspuffgeschichte bauen mit den zwölf Rohren und das alles passend hinzumachen, die Rundung zu machen, ist ja nicht so... Wir hatten ja nicht Maschinen, wo man gesagt hat, zack, der Radius und das und das. Ne, ne, wir haben das schön mit Sand gefüllt, mit einem Schweißbrenner glühend gemacht und passend gebogen. Ja, das ist so... Wenn du die zwölf Rohren hast, waren schon mal 14 Tage oben. Ja, Wahnsinn. Aber dann war das, war das schon Hauptberuf, oder? Also wenn Sie sagen, Sie sind eine Woche hingefahren zu können. Ne, 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 ne. Aber wie hat man dann noch, wie hat man das mit der Arbeit verarbeitet? Ja, ich hatte eine Motorradwerkstatt, also eine MC-Werkstatt und konnte zumindest sagen, okay, wenn ich jetzt eine Woche weg bin, dann macht mein Geselle das weiter. Aber ansonsten, das eigentliche Geschäft am Tag, wenn ich zu Hause war, ging vor und abends haben wir das gemacht. Wie war das, als Sie das erste Mal da hingekommen sind, wo Sie jetzt gesagt haben, Portugal oder so? Da sind da die ganzen Westler und dann kommt da einer aus dem Osten und räumt das ganze Feld auf. Die haben uns ja nicht ernst genommen. Das denke ich. Wir sind, zu dem Zeitpunkt hatten wir den absoluten Luxusbereich, einen Bus. Einen Bus, wo man hinten das Rennauto einladen konnte. Wir konnten drinnen schlafen, konnten drinnen kochen und auch duschen. Aber es war ein Karosserbus aus der Schichai, logischerweise, an was anderes kamen wir ja nicht ran. Der war da mal abgelegt worden, weil er zu alt geworden war und den haben wir dann dementsprechend aufgefrischt. Aber war geil, hat wirklich einen Riesenspaß gemacht. Bei der, ja, das war so in der letzten Zeit, Portugal, weiß ich noch genau, sind wir dann angekommen und haben bei dem letzten großen Berg in Kolben weggeraucht. So, das Ding kam oben, der Qualm aus den Schornsteinen, mehr wie unten drin kam. Sind ins Fahrerlager gekommen, waren Sechszylinder, Fünfzylinder. Und, ja, bevor das Ganze losging, Training ausladen, Training fahren, gut, okay, Qualifikation, irgendwo standen wir vorne mit dabei. Dann, nachdem Auto weggestellt, Rennauto weggestellt, ein Bus, wir mussten ja wieder nach Hause, aber wir waren ja organisiert. Wir hatten so ziemlich alles bei, was man so beihaben kann, um Notreparaturen zu machen, aber einen Kolben hatten wir nicht gerechnet. Gott sei Dank gab es einen in Tschechien, der auch da fuhr, der eine Laufbuchse und einen Kolben bei hatte. Gut, dann haben wir das Ding zerlegt vor Ort. Einer Seite, zack, alles raus, was Bleue betraf, anderer Seite den Kopf runter, alles, was an Aluminium von dem zerflogenen Kolben da drin war, wieder rausgepingelt zwischen den Ventilen, die Nacht durchgeschraubt, frühmorgens um sieben, glaube ich, den Bus wieder gestartet. Der Bus lief auf Sechszylinder und um die Klobazene hängt das Rennen los und dann das Rennen gefahren. Das ist sensationell, oder? Die Nacht geschraubt und die anderen auch, aber bei Ihnen war es die Zugmaschine. Ja. Und dann haben Sie das Feld aufgeräumt. Und war das dann so, dass Ihnen dann irgendwann, gab es da vielleicht auch Angebote, dass dann Leute gesagt haben, Mensch, der muss bei uns fahren, der muss jetzt hierbleiben? Nee. Oder war das... Eigentlich hätte ich auch nie gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Frau und Kind und Freunde und ich bin sehr bodenständig. Also viel weiter wie 10, 15 Kilometer von da, wo ich geboren bin, würde ich auch eigentlich gar nicht leben. Also von daher, nee, war das kein Thema. Außerdem war ja auch viele. Ich meine, die Jungs hatten auch Frau und Kind zu Hause. Die hat man alle in Probleme gebracht. Also von, nee, wir wollten Rennen fahren und fertig unsere Ruhe haben. Und wie war das für Sie, wenn man das erste Mal da jetzt so im Westen durchfährt, war das, ach keine Ahnung, konnten Sie da sich irgendwelche Sachen noch abschauen oder Teile doch noch irgendwie wegschmuggeln oder so? Das ist ja manchmal auch noch so ein Thema. Naja, was man relativ schnell gelernt hat, wenn du irgendein Kinderspielzeug mitgebracht hast, Mensch, ich dachte, ich bin super, da freut sich der Kleine drüber, dass du auch einen Haufen Tinnif gekriegt hast. Das hat man schnell gelernt. Man hat sich das angeguckt und aufgenommen und versucht, für sich selber was zu transportieren, um schon ein Stückchen weiter zu sein. Und das hat auch nach der Wende kolossal geholfen. Im Endresultat wusste ich schon in etwa, wie da das System funktioniert, wo wir ja plötzlich alle drin waren. Und dementsprechend auch das Know-how, das man über den Motorsport hatte, was zu bewegen, was zu organisieren, was anzuschieben und nicht um 5 Uhr Feierabend zu machen. Diese ganzen Dinge haben mir geholfen. Also ich glaube, es war schon die Baugenehmigung für das Autohaus, die habe ich beantragt. Ich glaube, da haben die auf dem Bauamt noch gar nicht gewusst, dass die Wende schon da ist. Und dementsprechend schnell ging es dann hoch. Ich hatte ja dann ziemlich eher die ersten Yamaha-Vertretungen, habe dann danach noch ein Ford-Autohaus gemacht und erst mal was bewegt. Ich habe Motorsport weitergemacht, aber mir war schon klar, du musst jetzt mal was anschieben, damit das für die Zukunft weitergeht. Weil einen Selbstlauf gibt es ja nicht in dem System. Also muss man sich organisieren und was bewegen. Das haben Sie ja durchaus geschafft. Wenn man jetzt hier guckt, also wenn Sie jetzt gerade erzählt haben, Sie haben damals an der Zugmaschine noch selber die Zylinder gewechselt. Hier würden Sie jetzt einfach eine neue Zugmaschine nehmen, wenn ich sehe, was hier steht. Also ich meine, Sie sind jetzt, um es kurz zu machen, der größte private deutsche Rennstall. Ja, Mücke Motorsport, das ist unfassbar. Also ein bisschen müssen wir den Weg jetzt doch noch nachzeichnen. Nochmal zurück, Sie sind dann Offroad-Buggys gefahren, da haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Gab es dann eigentlich mal so ein bisschen die Überlegung, in Formelsport zu gehen oder Rallye zu fahren oder sowas? Oder war es für Sie dann immer ganz klar, wie es weitergeht? Also Rallye fahren hätte mich schon sehr interessiert. Hätte auch sicherlich ja nicht so schlecht geklappt, weil ich hatte betet, ich bin auf der Rundstrecke gefahren. Und bin im Gelände gefahren und diese Kombination ist ja nur mal Rallye, aber war viel zu teuer. Weil die Jungs, selbst wenn man es in kleineren Maßstab gemacht hätte, ein Rallyeauto ist alle fünf Minuten zerschossen. Von der Belastung der Strecke, aber auch von den Unfällen her, ein Thema, wo ich gesagt habe, das können wir so nicht machen. Ich habe dann parallel zum Autocross wieder angefangen, wie das immer so ist, wenn du das Ende alles gemacht hast, dann willst du ja wieder was Neues oder anderes machen. Habe dann angefangen, wieder Rundstrecke zu fahren, weil ich einfach Lust auf Asphalt hatte. Aber das war dann schon kurios. Also ich kann mich entsinnen, ich bin am Wochenende, am Sonnabend in Hockenheim gefahren mit dem Tourenwagen, damals mit dem Ford Escort. Bin dann rübergefahren nachts nach Novapaka in der Tschechei und habe dann da Rennen gefahren. Musste zwar von ganz hinten starten, weil ich am Qualifying nicht teilgenommen hatte, aber war dann zum Schluss trotzdem vorne mit dabei. Also das waren schon verrückte Dinge. Ob ich würde es wahrscheinlich heute noch machen. So wirkt es sich auf jeden Fall. Und nebenbei ein Autohaus aufgebaut. Und das hat natürlich den großen Vorteil gehabt, dass sie weiter schrauben konnten immer. Also das ist immer selbstständig. Und Ford Escort, das weiß ich noch aus allen Bildern, die sind gleich mit bestem Material da eigentlich immer aufgetreten. Ja, es war wie immer. Ja, wir haben uns das angesehen, was kann man machen, was haben andere vielleicht schon gemacht. Motorsport heißt ja immer, du musst auch gut abgucken können. Das ist ja keine Schande. Aber manchmal hat man auch gesehen, das ist falsch, wird die da machen, das kann nicht funktionieren, muss man anders machen. Jedenfalls denke ich schon, waren wir von Anfang an relativ konkurrenzfähig. Aber wir haben halt auch wieder alles selber gemacht, ob Motore, Getriebe oder sonst so was. Manchmal dauert das ein bisschen länger, weil du Dinge erst ergründen musst oder Fehler machst. Aber meistens im Endresultat, das Beste ist heute noch so, wenn ich unseren klassischen Motorsport angucke, die Cabres waren zum Anfang nicht gut, weil alle fünf Minuten was kaputt gegangen ist. Und nach all den Änderungen, die wir im Laufe der Zeit, obwohl sich ja viele schon vorher damit befasst haben, einschließlich Werke, nach all den Änderungen sind sie toi 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 heute in dem Level, wo du sagen kannst, im Normalfall kommst du damit an und kannst auch Rennen gewinnen. Man kann sagen, das sind eigentlich langweilige Rennen, wo sie auftreten. Ich erinnere mich immer nur an den Oldtimer Grand Prix, das ist jedes Mal statt Zielsieg, wenn das Auto hält. Na ja, aber man muss schon sagen, jetzt die letzten zwei Jahre, okay, da konnten wir die Crema Porsche, das ist ein 935er Porsche, schlagen. Aber die Dinger, die haben natürlich schon den Dampf, das ist unwahrscheinlich. Also selbst in diesem Jahr, der stand hinter mir, ich stand, glaube ich, auf Pol, wenn ich mich nicht täusche, der stand hinter mir. Das war kaum grün und mein Cabre geht bestimmt nicht zaghaft zur Sache dann. Da ist der vorbei, er flogen, aber der hat natürlich den Ladedruck so hoch gedreht, dass das Ding mit Sicherheit irgendwo um die 950 oder 1000 PS zu 980 machen, die er hatte. Aber das kann das Auto natürlich nicht lange. Wie lange der Fahrrad kann, ist das zweite Teil. Aber das Auto kann das nicht lange. Also war mir klar, wenn der vorne ist, und das war in den Vorjahren halt auch oft so, wenn der vorne ist, warte mal ab, ich kann länger wie du. Und dann war es auch meistens so, dass das Ding dann irgendwie geplatzt ist. Also da muss man auch das Maß finden. Natürlich habe ich auch ein Dampfrad dran und kann dran drehen. Macht aber keinen Sinn, wenn drei Runden später das Ding verglüht ist. Da muss man die Balance finden. Sie wissen, was passiert. Was leistet Ihr Wagen? Also ich sehe, ich schaue da jetzt gerade auf ein Plakat und das ist sensationell. Also wir haben jetzt eine zahmere Variante drin mit 540 PS. Man könnte mehr machen, aber da ist dann eben mal die Fahrbarkeit, dass das auch vernünftig aus der Ecke rausgeht, ein wichtiger Punkt. Das sieht man bei Turboautos halt immer wieder, dass die dann aus der Ecke raus leicht zu kriegen sind und das wollten wir nicht. Und eben auch so sagen, okay, wir wollen das Jahr überfahren und da sollte das Ding auch nicht platzen. Und deswegen haben wir die Leistung ein Stück zurückgenommen. Also für alle, die jetzt sagen, wovon reden die eigentlich? Sie haben einen alten Zack-Speed von Capri mit Turboautos damals aus der Deutschen Rennsportmeisterschaft. Klaus Ludwig ist damit Meister geworden. Hat sie damals gegen die Werke BMW M1 935 geprügelt und sich da durchgesetzt. Also ein irres Auto, wenn man das mal sehen kann. Ein Feuerspeinesmonster. Die Soundkulisse ist irre. Ist ein Auto, was extrem viel Spaß macht. Weil wirklich muss man Hut absagen, was die damals schon gemacht haben, das ist unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Ich meine, so ein Beispiel sind jetzt auf dem Lausitzring gestartet in der Rennsport-Revival-Geschichte. Alte DTM-Autos dabei. Da waren DTM-Autos von 92, wenn ich mich nicht täusche, dabei. Und die kann man mit dem Auto heute noch schlagen. Das ist ja unwahrscheinlich. Das ist echt unwahrscheinlich. Damals hat einer gesagt, das sind ja Autos, die wir in der DTM auch betreut oder gemacht haben. Wenn mir damals in der DTM-Zeit einer gesagt hat, da kommt einer aus dem Wald mit einem Cabri-Boy 80 und fährt dir hier um die Ohren, dann hätte ich gesagt, was hast denn du heute Morgen geschnupft. Ja, aber es ist tatsache so, Hut ab. Aber es ist auch eine Fahrmaschine. Es macht extrem viel Spaß, das Auto an der Grenze zu bewegen. Es ist relativ neutral. Und ja, von all den Rennautos, die ich gefahren habe, fordert der einen am meisten, weil alles fürchterlich schnell geht. Und ist aber auch der, der am meisten Spaß macht. Da muss ich ganz deutlich sagen. Ja, toll. Und ist das einigermaßen problemlos zu fahren? Also von der, wie Sie sagten, die 935 verglühen, wenn man das Dampfrad auftritt. Also mit Ihrem technischen Know-how müssen Sie da viel nach so einem Rennwochenende... Äh, nee. Also wir haben ihn in einem Bereich, wo er normal verhält. Wir nehmen es aber auch sehr ernst. Ich genieße diese Rennen, weil ich ähnlich wie früher mit meinem Sohn und ein oder zwei Mechanikern losfahre. Genauso wie früher im Bus. Ich mache abends noch ein paar Würstchen. Die Jungs schrauben aber vor eins, zwei oder wenn ein Problem ist, auch die Nacht durch, ist nie Schluss. Und die finden immer noch irgendwo an irgendeiner Ecke, hier war was oder da müssten wir noch was ändern. Das hört halt nie auf. Auch wenn die Autos vom Bauherr her alt sind, trotzdem alles sehr frisch gemacht ist. Ich meine, den haben wir zehn Jahre lang restauriert. Immer dann, wenn es Zeitfenster war. Aber schon sehr akribisch. Und, nee. Also, dass die wenig belastet werden, nicht. Wenn grün ist, gibt es keine Freunde. Und dann geht es auch wirklich zur Sache, die 40 Minuten, nicht im Schonjag. Sondern es hat ja auch was damit zu tun, selbst wenn du vorne bist, kann man dann strategisch sagen, Ja, jetzt teile ich mir das ein und mache ich nicht. Ich fahre gegen mich selbst. Und ich will aussteigen und sagen, ja, okay, du hast alles gegeben und kannst zufrieden sein. Und deswegen jetzt in der letzten Zeit habe ich zwei, dreimal das Glück gehabt, mit meinem Sohn zusammen auf dem Auto zu fahren. Also hier bei dieser Geschichte, Lausensring, ex-DTM-Autos zum Beispiel, ist mit Boxenstopp für mich völlig neu. Naja, ich meine, ich habe ihn seit Leben lang noch nicht gemacht. Dass ich das Auto abheben habe oder einen anderen Fahrer, hätte ich auch nur mit ihm gemacht, weil ich weiß, dass er kann und besser kann wie ich. Ist das so? Da kommt natürlich die Herausforderung. Plötzlich fährst du mit dem Auto und denkst, du bist gut am Limit und hast ja Rennen gewonnen. Und dann steigt einer ein, der natürlich besser kann und zeigt dir dann hinterher, ja, da hast du fünf Meter zu früh gebremst und hier hast du den Fehler gemacht. Ist erst mal schluckst du, aber es ist natürlich geil, weil ich kann noch was lernen, kann noch sehen. In der heutigen Zeit ist es ja so, dass man eine entsprechende Datenaufzeichnung drin hat, Videoanalyse drin hat. Ich kann sehen, Alter, da machst du was falsch. Da musst du was ändern. Manchmal nicht so leicht, aber es ist gut. Also haben Sie so einen, es gibt ja diese Data-Logger, also mit so einem GPS-Ding, sowas haben Sie im Auto drin? Das haben wir drin. Die Auswertung und dann zeigt Ihnen Ihr Sohn, wie es geht, wer das gewohnt ist, diese Auswertung. Und vor allen Dingen eben auch eine Videokamera, so ist ja heute kein Problem, sodass du genau siehst, früher konnte ich sagen, da hinten an der Ecke, da war ziemlich viel Sand und deswegen ging das nicht so schnell. Äh, 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 ist nicht. Da sagt ihr so, wo ist denn da der Sand? Ja, da hat nicht die Rutsche. Das hast du falsch gemacht. Ja, ist heute eine andere Zeit. Der Rennfahrer ist durchsichtig, aber andersrum in den Kategorien, wo wir unterwegs sind, zum Beispiel in der Formel 4, wo du die ganz jungen Fahrer mit 15, 16 Jahren ausbildest, ist das natürlich von vornherein so. Also, da gibt es keine Ausreden, es ist wie zur Schule gehen und du musst Stück für Stück alles lernen, du musst aber auch im Kopf soweit sein, das aufzunehmen. Ausreden zählen nicht, weil die Wahrheit steht da. Der zeichnet nichts Falsches auf und der zeigt auch nichts Falsches, so ist es, wie es da ist. Also muss man da dran arbeiten. Harter Sport. Ja. Wie ging der Weg vom, sagen wir mal, Autohaus, Ford in Berlin und Yamaha, Motorradvertretung, ein bisschen Hobbyrennen fahren zum größten Privatrennstall? Also es war ja nicht geplant von Ihnen Teamchef zu werden und zu sagen, jetzt mach ich einen Rennstall, sondern es war immer Hobby und dann kam, glaube ich, Ihr Sohn, oder? Also, es ist ja immer so im Leben, wenn man sich umdreht, dann sagt man, ja, okay, so und so was. Wenn mir das Ihnen am Vorhinein gesagt hat, dann hätte ich gesagt, das ist ein völliger Quatsch. Es ist ja nicht möglich und dadurch, dass ich halt wirklich immer bodenständig war und Realist war, hätte ich gesagt, so was geht gar nicht. Es war irgendwie nicht aufzuhalten und war auch eigentlich nur durch Stefan so gekommen. Fink relativ, ich weiß nicht, ob wir noch so viel Zeit haben oder nicht, dass nachher bei der Sendung welche einschlafen. Fink jetzt einfach damit an, um mich fit zu halten, Reaktionsvermögen und all das, außerdem war es geil, mir eine Karte geholt. Ich habe gesagt, okay, zwischendurch fährst du mal ein bisschen Karte, dass du einfach Reaktionen und so was schulst. Ja, da habe ich einen Sohn mitgenommen, der war ja fast immer bei mir, der war auch immer in der Werkstatt. Habe ihn dann auch mal fahren lassen. Okay, na gut, Kurvstimo Reaktions. Noch ein Karte geholt und dann haben wir beide zusammen losgefahren. Dann habe ich den Fehler gemacht, ihm zu erklären, du da hinten die Ecke, die geht voll, da brauchst du nicht bremsen und hier machst du dieses und da machst du jenes. Ja, das hat noch drei Runden gedauert, dann ist er an mir vorbeigeblasen. Ja, das war ja auch ein bisschen leichter, das war die erste Entschuldigung. Ja, und damit war es eigentlich schon passiert, war die Weiche geschaltet. Kurz danach kam die Anfrager, ja, also eigentlich möchte ich, wir sind dann immer so von Kartstrecke zu Kartstrecke gefahren und haben dann unseren Spaß da gehabt. Aber dann kamen die, eigentlich möchte ich Rennen fahren. Ich sagte, du, keine Chance, weil ich habe meinen Sport, ich kann das nicht abbrechen und dann, wenn du das machen willst, dann mach es, aber du musst mit deiner Mutter sprechen, dass die mit dir da hinfährt. Ja, okay, die ist dann eben mit dem Wohnmobil und dem Kart hinten raufgeschnallt, nicht so professionell wie die meisten anderen, da hingefahren. Und da hat er auch gut auf die Nase gekriegt, aber er hat zum Schluss wirklich, ich war einmal da, habe gedacht, was ist denn hier los? So viel Zelte und so viel professionelle Rennstelle, wie da waren im Kartsport schon, hatte ich ja gar nicht mitgekriegt, den Jungen am besten ja nicht da hingeschickt. Aber der hat seine Motore alleine gemacht, der hat die Kolbenklemmer beseitigt und hat da dran geschraubt, bis er so weit war, dass er auch vorne fahren konnte und auch Rennen gewinnen konnte. Das war aber schon die Schumacher-Zeit, also die durch Schumacher angeheizte Zeiten, der hat ja einen Riesenboom ausgelöst und ihr Sohn ist da wahrscheinlich mitten reingeflogen. Genau so, genau so ist es. Eigentlich sollte das nur Hobby werden, aber er hatte dann, hat ihn ja nochmal abgeschossen, einen bösen Unfall gehabt, lag da ein paar Wochen wegen einer Wirbelsäuleverletzung im Krankenhaus und ein Freund von mir, der das behandelt hat, der sagt, du, aber jetzt einfach nochmal weiter Kart fahren. Er wollte natürlich weiterfahren, würde ich nicht machen, wenn dann irgendwas wo angeschnallt ist, damit nochmal nicht erneute Belastungen kommen. Weil die Kartfahrer fliegen ja oftmals auf die Längsäule, das war bei ihm genauso gewesen. Gut, okay, dann haben wir gesagt, gut, gucken wir uns mal an im Formelsport, damals war die Formel BMW, da ihr habt eine Riesen-Sichtung vom ADAC, deutschlandweit. Ja, gehen wir mal hin. Ich dachte, die werden ihm das schon abgewinnen. Er wird schon ganz schnell merken, dass das nicht reicht. Boah, da hatte ich mich enttäuscht, der hatte den gewonnen. Dann gab es als Feuer dafür einen internationalen Ausstatt, damals in Zandvoort, in Holland. Das konnte er kostenlos machen, weil er das Ding gewonnen hatte. Na gut, fahren wir da auch noch hin. Ja, am Ende hat er den auch noch gewonnen. Wir kriegten damals 50.000 DM als Prämie. Zum Vorschlag in Kornstadt, ne? Ja, wir hätten uns ja kein Auto für 50.000 kaufen können, zu der Zeit. Da hatte ich alles investiert und gemacht und getan, keine Chance. Na ja, wir haben davon in gebrauchten Formel BMW gekauft, haben das Ding so gut, wie er konnte. Formelsport war völlig neu. Waren ja doch ein paar andere Geschichten. Die Philosophie, die Grundgeschichte bleibt ja ähnlich, aber es waren doch ein paar andere zu beachten, haben das gemacht, so gut wir konnten. Und der hat im ersten Jahr, glaube ich, 16 Rennen von 20 gewonnen. Die anderen vier hatten sie dann abgeschossen. Also von daher. Ja, quasi alles gewonnen, wo er ins Ziel gekommen ist. Ja, und dann kam eins nach dem anderen. Wir kriegten ein Angebot von damals Hans-Werner Aufrecht, von HMG, dass die uns über Mercedes da fördern würden. So, waren wir da? Na, ich habe gedacht, na gut, okay, dann machen wir mal ganz kleine Schritte. Dann vielleicht als nächstes nochmal ein Jahr vor dem BMW oder vielleicht Formel Renault. Nee, hat Hans-Werner gesagt, also reinspringen und schwimmen. Alles oder nichts. Alles oder nichts. Du fährst nächstes Jahr Formel 3 oder wir machen nichts. Gut, haben wir Formel 3 gemacht. Geld hatten wir von denen gekriegt, dass wir uns das kaufen konnten. Und ja, dann ging das Stück für Stück weiter. Das nächste war dann, nachdem wir Grupp-Vizemeister waren in der Formel 3, kam dann ein Angebot, DTM zu machen. Und wir sind praktisch immer hinterhergegangen. Also aus dem ersten Jahr Formel BMW kamen dann natürlich Anfragen von anderen Fahrern, die gesagt haben, Mensch, ihr habt da die Meisterschaftshaus hoch gewonnen, wir wollen bei euch fahren. Also hatten wir dann im Club im ersten Jahr dann danach drei Formel BMW Autos zu laufen. Stefan ist der einzige Formel 3 gewesen, den wir gemacht haben. Also das haben wir in Kombinationen dann gemacht. Und dann kamen wieder noch mehr Anfragen für die Formel 3. Dann haben wir das gemacht. Dann kam das Angebot von Mercedes, DTM zu machen. Dann haben wir die DTM mit zugemacht. Und zum Schluss war es so, dass ich an so einem Rennwochenende abends zu tun hatte, zu wissen, wie ich heiße. Weil ich habe die BMWs gemacht, die Formel 3 gemacht, die DTM gemacht. Ich bin von ihm zum anderen gerannt und war schon ein heftiges Programm. Aber war auch geil. Das klingt auf jeden Fall so. Und Sie gelten ja nicht nur als der Entdecker Ihres Sohnes, beziehungsweise der hat sich ja scheinbar auch selber entdeckt und hat ein unfassbares Talent, was er da ausleben konnte. Sie haben große Namen, sind ja bei Ihnen durch den Rennstall gelaufen. Also vielleicht mal einige zu nennen, Sebastian Vettel. Der muss natürlich immer wieder dran glauben. Aber war auch so. Also war ja ein Vettel. Ich glaube, es sind weit über 10 in die Formel 1 gegangen. Und das ist eigentlich eine ganz gute Quote. Aber man muss auch sagen, über die Jahre sind wir irgendwo bei knapp unter 200 Fahrern, die bei uns zur Schule gegangen sind. Und wenn ich mir sonntags abends internationale Ergebnislisten angucke, ob in Amerika, in Le Mans oder wo auch immer. Da sind immer welche bei, wo ich sage, ach ja, der, der und der, die irgendwo im vorderen Teil sind. Von daher schon schön. Aber eigentlich schmeißt du das über die Schulter, weil es zählt nicht, was morgen kommt. Was dahinter war, da sollte man was daraus gelernt haben, aber sich lange umzudrehen oder sich darüber zu freuen. So was, wie wir jetzt hier machen, würde ich im Normalfall nie drauf kommen. Das, was hier rechts und links brennt, das ist halt viel wichtiger. Ne, Vettel als Beispiel war auch interessant. Wir sind damals viel testen gewesen mit den Formel-BMWs. Da war in Vettel drei Käse hoch. Wir haben noch Bilder, da hat er die Zahnspange noch drin. Die hatten sich ein eigenes Auto gekauft und wollten das alleine machen. Was zwar einen gewissen Trainingseffekt bringt, aber ihn nicht weiterbringt. Dann ist er in Timiang, damals beim Klo, beim Hampa, und ist gegen uns gefahren in der Meisterschaft. Aber wir haben sie gewonnen. Das war die Vollerscheinung, dass er im nächsten Jahr kam und wollte bei uns fahren, um weiterzukommen. So haben wir das dann auch gemacht. Und das war ein gutes Jahr. Wir haben auch 18 Rennen gewonnen. Und es war damals schon zu erkennen, und das ist immer so. Du erkennst recht früh, wenn du mit so vielen Kontakt hattest und Motorsport so lebst, ist das einer, kann der das werden oder nicht. Das ist nicht nur das Talent immer. Das spielt ja auch eine Menge Kontakte, finanzielle Grundlagen und sowas eine Rolle. Aber du kannst schon erkennen, ob der das hat oder ob er das nicht hat. Es gibt für mich immer gelernte Rennfahrer oder talentierte Rennfahrer, also Ausnahmefahrer. Vettel ist mit Sicherheit einer von denen gewesen, weil er auch zugehört hat, aber auch wirklich sehr, sehr viel mit eingebracht hat, sehr viel Disziplin und all das. Also ich bringe so ein Beispiel immer wieder gerne. Es gibt Rennfahrer, die kommen frühmorgens an der Rennstrecke und sind eine halbe Stunde vorher aufgestanden und wollen dann qualifying fahren. Der ist frühmorgens um halb sechs aufgestanden, ist schon 40 Minuten gejoggt, hat schon ein bisschen Fitness gemacht und hat den Kreislauf und den Kopf, alles voll an und ist dann gefahren. Und dann stand er auch vorne. Das sind Kleinigkeiten, aber dieses eigene Verständnis und die Disziplin, die gehört halt dazu. Ich mache es heute noch nicht, dass ich mich einfach unvorbereitet in ein Rennauto setze, sondern zumindest warm. Sie schrauben schon mal acht Stunden vorher die Nacht durch. Sie sind dann schon warm. Nee, aber schon einfach, dass man an ist, dass der Kreislauf in Betrieb ist, dass der Kopf konzentriert ist und so was gehört schon mit dazu. Wie ist das, wenn man bei Ihnen jetzt fahren möchte? Also was muss man da mitbringen? Geld, ein Sponsor oder muss man entdeckt werden einfach und Talent und den Willen mitbringen? Die meisten, die kommen, denen geben wir den Rat. Es hat ja immer mit miteinander zu tun. Du willst Erfolg mit dem Jungen haben, aber du brauchst auch den Erfolg als Team, als Rennstall. Geben wir den Rat, okay, komm und wir testen mal. Und danach machen wir eine Analyse und sagen, okay, wo stehst du? Wie könnte der Plan sein, um diese oder jene zu machen oder vielleicht auch zu sagen, das wird nichts. Wie viel Prozent ist, wenn man das mal so sagen kann, einmal das Fahrerische? Und inzwischen habe ich gehört, ist es auch immer wichtiger für die Sponsoren, die müssen verkaufbar sein, die müssen Interviews geben können, die müssen ja auch auf vielen Ebenen eigentlich perfekt sein inzwischen. Leider Gottes ist es so. Eigentlich hasse ich sowas, dass einer schon jede Antwort zehnmal vorgeprägt gekriegt hat. Ich finde, zum Rennfahrer und dafür, also Talent mal immer vorausgesetzt. Und dafür, dass derjenige auch ankommt, gehört ein Typ und der muss sein, wie er ist. Und wenn er nicht die schönsten Antworten gibt, dann ist er aber trotzdem bei den Leuten, wo das Ganze ankommen soll, einschließlich auf Sponsoring, ist er ein Typ, der irgendwo viel eher akzeptiert wird, als die vorgeschulten Rennfahrer, die nie was sagen dürfen. Und wenn sie was sagen, dann sagen sie das, was man ihnen vorher gesagt hat. Das ist eigentlich traurig, ist so, aber man merkt doch immer mehr bei den Fans, bei den Leuten zählt der Typ, der schnell ist, zehnmal mehr. Und wenn der nicht immer all glatt ist, ist das aus meiner Sicht auf jeden Fall auch gut. Und ich glaube, das kommt doch besser an, als dass man, ich finde, man muss sich doch nicht ständig verkaufen. Man muss sein, wie man ist. Das ist das. Aber das ist übrigens ein Feedback, was wir, das ist eigentlich das Hauptfeedback, die Menschen, die ich interviewe, also jetzt sie oder Walter Röhrl, das ist immer so das Paradebeispiel dafür, der sagt, was er will, wo jeder sagt, ach, ist das toll, den Leuten zuzuhören, warum gibt es das heute nicht mehr? Ich finde, Kimi Raiköhn ist nochmal so ein bisschen so einer. Sebastian Vettel sagt auch ja manchmal Sachen, ist manchmal beleidigt vom Mikro, aber das wird ja auch durch die Presse gezogen und dann kommt die Bild-Zeitung und neckert rum, dass er jetzt nicht so charmant dahergeredet hat. Aber ich finde, es gibt so viele Pfarrer aus der Vergangenheit, wo man eingeschlafen ist bei den Interviews, weil das immer die gleiche Marketingsprache war. Ja. Also eigentlich, da muss man an private Teamchefs appellieren, aber sie machen das ja so. Ja, aber ganz realistisch, man muss auch mal im Sponsor sagen, du, die Leute mögen den, weil er ist, wie er ist. Und dementsprechend mögen sie auch dein Produkt oder was du gerade immer machst, weil es ankommt. Alles andere schalten die Leute ab und sagen, schon wieder. Eben, eben. Und ein Rennfahrer muss auch mal aussteigen, den Helm runternehmen und sagen, so eine Scheiße. Genau. Weil er gerade denkt und ihm danach ist, ja und, das ist ein Mensch. Alles sanktioniert heutzutage, das ist ja auch sowas. Wenn ein Fußballer, das ist auch mal so ein Beispiel, mit der ein Torschießt und das Trikot auszieht, kriegt er eine gelbe Karte. Ja. Das ist doch absurd, oder? Ja. Finde ich. Also teilweise, wenn jede Regelung gleich im Keim erstickt wird und da gleich mit der Peitsche drauf gehauen wird, finde ich, geht vieles kaputt. Geht vieles kaputt. Wir haben es ja ähnlich von den Regularien. Ob Formel 1 oder im Basismotorsport, irgendwo wird es immer enger und du wirst immer früher bestraft für Dinge, die eigentlich zum Motorsport zugehören. Und wenn dann zum Schluss nicht mehr gefeitet wird, sondern nur noch brav hinterher gefahren, dann beschweren sich alle. Dann sind wir bei der Formel E. Zum Beispiel, ja. Also, das ist auch genial, dass mich das nicht wirklich anmacht. Ich weiß auch, ich kenne die ja alle. Und wenn ich mit den Jungs spreche, naja, die sagen halt, okay, da musst du im Moment hin, weil alle Hersteller da sind, weil viel Geld eine Rolle spielt. Die schleimt bei der Politik rum. Das ist Lobbyismus auf andere Art und Weise, ne? Ich glaube, deswegen sind die Werke da investiert. Aber das ist meine Meinung, um Gottes Willen, ob das willst du oder nicht. Das ist aber so, weiß man nicht. Das ist eine Hysterie und das ist auch, glaube ich, man wird das sehen, zeitnah sehen, nicht der einzige oder der einzig richtige Weg. Ich glaube, man müsste sich viel breiter orientieren und viel mehr Möglichkeiten für die Zukunft in Betracht ziehen, als sich jetzt nur auf das eine. Na, aber wir machen uns ja viele, also ich wollte ja jetzt nicht hier in Politik abrutschen, aber wir machen uns halt viele selber. In der Endkonsequenz kommt die Abgasgeschichte, alles seine Berechtigung bis zu einem gewissen Maß, aber da hängen ja auch Industrie- und Arbeitsplätze dran. So, was sollen die anders machen? Die müssen aus dem Feuer kommen und sagen, okay, Elektro. Der Walter hat es neulich, habe ich ein Interview von ihm gehört, sehr gut gesagt. Bei Elektro, wie lösen wir das Problem zum Schluss? An einer Autobahntankstelle tanken am Tag 10.000 Leute. Wenn die alle den Stecker 20 Minuten drinstecken müssen, wird das nicht funktionieren. Und das ist dann aus dieser Hysterie heraus zu kurz gedacht. Das ist nicht bis zum Ende gedacht. Wir machen jetzt, wir gehen den Weg, aber die Zwischenlösung, um das alle zu versorgen, die muss ja auch da sein. Aber gut, wir sind beim Rennsportler. Genau, ja. Das ist ja interessant, also um Gottes Willen. Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Vor allem ist das ja zukunftsweisend. Wir leben ja sehr hier aus der Vergangenheit, also ich jetzt zumindest, mit dem Podcast Alte Schule. Aber man muss ja auch sehen, wo es hingeht. Und wenn jetzt nur noch Formel E ist, dann freue ich mich schon auf den Zuspruch, den ich dann haben soll. Was fahren Sie aktuell? Sie fahren DTM ja nicht mehr, GT Masters, Formel 4, VLN und gelten ja immer noch so als die Nachwuchsschmiede. Sie fahren vor allem verschiedene Marken, das finde ich toll. Also Sie fahren Audi, sowohl den Audi A8 wie auch Mercedes. Also die Mercedes-Geschichte ist jetzt nicht mehr in diesem Jahr mit dabei gewesen, hatte aber nur damit was zu tun. Man muss sich auch mal ein klein bisschen umorientieren, was gerade von der Fahrerseite gefragt wird. War sehr interessant, Bated zu machen, weil es hat auch verschiedene Gründe. Es gibt ja so genannter BOP, also Balance of Performance, wo die Autos immer eingestuft werden, wenn du eigentlich überhaupt nicht mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du gut bist, wirst du bestraft, kriegst du Zusatzgewichte oder andere Auflagen. Das ist aber die einzige Möglichkeit, um den GT-Sport weltweit für einen Hersteller interessant zu halten, weil du zum Judenschluss eigentlich mit jedem Typ gewinnen kannst, wenn die BOP gerade stimmt. Deswegen ist es so, du kriegst eine Strafe, stellst dich hinten wieder an und irgendwann bist du wieder vorne. Nicht mein eigentlicher Rennsportgedanke, aber man muss auch in die Tiefe gucken und sagen, okay, dadurch hält sich die ganze Geschichte. Formel 4 ist nach wie vor die ideale Nachwuchsschule. Wir haben die Formel 3 mal jetzt eine Weile ausgesetzt gehabt, weil einfach die Budgets, die du brauchtest, so hoch angestiegen sind, dass das nur sehr wenige bezahlen konnten. Und daraus resultierend, und auch viel Unruhe ist, so viele verschiedene Formel 3 Auslegungen auf dem Markt sind, was nicht wirklich Formel 3 ist. Die, die wir hier gemacht haben, war eine wirklich sehr, sehr gute Nachwuchsschule, wo spitzen Leute, also wenn wir ihn aus dem Formel 3 rausgelassen haben, dann konnte man auch wirklich sagen, den kannst du in jedes Auto setzen, der ist topfit und wird in jedem Auto schnell sein. Aber das könnte in der Zukunft wieder kommen, wo aber auch ein sehr, sehr interessanter Zweig sich entwickelt. Wir haben ja die Megamotor Sport Classic mit zugemacht, aufgebaut, ein bisschen resultierend aus dem, was ich selber gemacht habe, weil man eben da gefahren ist in den Serien und dementsprechend auch Leute auf uns zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, würde ich auch gerne, ich kann es selber nicht, aber ich würde es gerne so betreuen lassen. Die Ex-DTM-Autos, auch ein Riesenthema, was natürlich zuschauermäßig viel hinter sich hat. Tolle Zeit, N3, 190E, die ganzen alten Autos. Ja, wir haben jetzt gerade ein ganz interessantes Auto geholt, den Mustang vom Gerd Ruch hier aus Berlin. Der stand ja nun von damals bis jetzt, also von 1994 bis jetzt, unberührt, nie wieder angelassen. Den sind wir gerade dabei zu restaurieren und werden dann auch einsetzen. Das ist bestimmt kein Auto, mit dem du da gewinnen kannst, aber eine Fan-Gemeinde dahinter... Ich würde sagen, wenn die Zuschauer Gänsehaut haben, reicht es ja eigentlich. Das ist das, was die wollen. Und wenn ich sehe, wir haben einmal das Auto hingesetzt bei uns auf die Seite, da waren, glaube ich, 70 Kommentare innerhalb von acht Stunden da. Da sieht man mal, was da noch ist. Und für die Zukunft ist aus meiner Sicht dieser Bereich Motorsport mit, klassisch gehört sich immer so komisch an, aber mit älteren Autos durchaus ein Thema. Zum einen ist er teilweise, wenn ich mir einen alten LMP1 hole, ist der auch noch für den Normalverbraucher recht teuer. Aber es ist machbarer Motorsport, also wir sind ja viel hoch im Histo Cup gefahren und so etwas. Ja Mensch, da sind Leute, die sind ganz normal und die schrauben an den Autos und freuen sich, dass sie Rennen fahren dürfen. Das Resultat ist manchmal vielleicht nicht das Wichtigste, aber gewinnen wollen die auch. Und ihr kennt das, wenn der Helm auf ist, dann ist ein Rennfahrer ein Rennfahrer. Ja, dann spielt es auch keine Rolle, ob das Auto alt ist oder neu ist oder sonst irgendetwas. Der Helm drückt auf irgendwas am Kopf, wo die Vernunft so weggequetscht wird. Die wird ein bisschen nach unten gefahren. Nein, aber ich glaube, dass dieser Art Motorsport, weil er einfach machbarer ist, finanziell und vom Gesamtaufwand her, schon in der Zukunft haben wird und ich glaube, da werden wir uns auch ausbauend weiter engagieren. Nicht, dass wir nur das machen, aber auch das machen und macht schon viel Spaß. Aber das ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt, weil ich höre immer Leute, also ich bin viel so auf historischen Rennen unterwegs und da ist dann immer so ein Ford Cabri, da sagt man, da kann jeder schrauben. Man braucht einen Schraubenschlüsselsatz und so für einen LMP1, was Sie jetzt gerade sagten, da braucht man schon mal fünf Leute mit dem Laptop, um den Motor anzulassen. Geht das in Zukunft? Also ich meine, Sie haben jetzt die ganzen Sachen aktuell als Teamchef durchgemacht. Haben Sie eine Möglichkeit, das zu schrauben oder wird die Elektronik so weit umgebaut, dass man das auch einfach jeder selber starten kann? Na also, nehmen wir mal die DTM. Die DTM-Autos, die dann in der ITC, also in dem höchsten Level mal gefahren wurden, die kannst du nicht einfach so beherrschen. Aber man kann viele zurückrüsten. Also die hatten ja zum Beispiel pneumatische Ventilsteuerung. Das wird viel zu groß Aufwand. Kann man aber wieder auf mechanische machen. Drehst halt nicht so hoch, aber kann man schon machen. Was damals noch für alle Geheimnis war, Steuergeräte und, 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 ist bis zu eben gewissem Maße heute schon viel einfacher geworden. Die ganze Computergeschichte hat sich ja weiterentwickelt und viel mehr Leute sind da, die das halt auch machen können. Also von daher glaube ich schon, ist das einsetzbar. Wir haben neulich ganz interessant am Nürburgring auch gesehen, Stefan ist ja damals für Aston Martin LMP1 in den Le Mans gefahren. Mit dem Kulf Aston Martin, ne? Ja, geil, absolut, mit dem Zwölfzylinder und all dem. Hörer, das ist zum Beispiel auch noch ein Auto, gerade in dieser Mischung drinne war, also die Audis und so, die waren natürlich schon auf einem hohen Level, aber trotzdem, ich meine, das ist ein Le Mans Platz 4 gefahren, das ist ja nicht ganz so ohne gewesen mit dem Ding. Aber den kannst du noch relativ einfach mit Knopfdrücken starten und einsetzen. Ist natürlich schön, dass sowas noch lebt und wenn du das nur alleine, und das ist ja, was viele Leute auch anzieht, alleine die Dinger fahren zu sehen und zu hören, ist ja schon ein Highlight. Also ich glaube, da geht viel, wenn wir in die, betrachten wir mal die Formel 1, da kommst du natürlich schnell in eine Generation, wo du überhaupt nicht drüber nachdenken musst, damit einen historischen oder klassischen Motorsport zu machen. Aber die Formel 1 mit dem 8-Zylinder-Kursfort drin oder sowas, ist ja auch unproblematisch, völlig unproblematisch. Finanziell nicht ganz unproblematisch, aber im Verhältnis schon wahrscheinlich. Aber im Verhältnis doch wirklich schon, weil es gibt Tuner, die diese Motore problemlos machen können, der hält auch seine Zeit. Es ist alles mehr oder weniger noch mechanisch und der Sound ist auch brachial. Also von daher ist es schön und es ist eine machbare Geschichte. Oder diese alten Canon-Autos mit den dicken V8. Ich habe schon manchmal, man kann ja nicht hell sehen, schon oftmals drüber nachgedacht, was wird kommen. Wir haben eben ja gerade mal die Formel E-Geschichte angesprochen. Und ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann in diesem Bereich ein recht großer Boom von den Fans, von den Menschen ausbricht, die wirklich sagen, das waren doch noch Zeiten, das will ich hören, das will ich sehen. Das ist ja schon da. Also das wollen die Leute ja. Wir haben ja gemerkt, den Aufschreibe der Formel 1 mit den Hybrid-Autos. Was ja auch wieder technisch soweit ist, das kann man ja aus heutiger Sicht auch kaum schrauben. Aber irgendwann wird es vielleicht auch wieder Leute geben. Aber da war ja der Sound schon so langweilig und das sagen ja auch die Fahrer selber. Das ist ja schade eigentlich. Wie ist es, wenn jetzt ein neuer Wagen auf den Hof kommt? Setzt sich der Chef da auch nochmal selber rein und dreht erstmal ein paar Runden, um zu gucken? Meinen wir aus aktuellen oder Rennwagen? Aktuelle? Also wenn jetzt so ein neuer Audi R8 kommt, mit dem Sie aktuell jetzt die VLN fahren oder die GT Masters? Nee, 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 nee. Also ich will nicht überall der Held sein. Das interessiert mich schon und das reizt mich auch, das zu machen. Aber ich bin nicht der, der sich rinsetzt und immer... Den Jungen zeigt, wie es geht. Das meinte ich auch nicht. Nein, definitiv nicht. Testweise aus Neugierde. Das können die besser. Das können die besser. Ich meine, wir haben ja in den GT Autos immer Werksfahrer mit drin. Das können die definitiv besser. Aber die sind ja auch das ganze Jahr. Die fahren 5, 24 Stunden Rennen, 3 Serien, jedes Wochenende in diesem Auto. Wenn die nicht besser könnten, wäre ja ein Ding. Aber zum Beispiel zum GT3, da muss ich ehrlich sagen, macht mir mein Capri mehr Spaß. Das ist noch mehr zum Anfassen. Da ist noch ein Hebel, an dem ich schalte. Da ist alles sehr, sehr direkt. Der hat vielleicht so ja eine interessantere, nicht vielleicht bessere, aber interessantere Aerodynamik wie diese Autos. Die Autos haben ABS, die Autos haben Pedalshift, also Linkrad-Schaltung, die haben Antischlupf und, und, und. Alles, was ich gar nicht haben will. Weil ich glaube, zum Judenschluss, wir sehen das ja, weil ein GT ist, ist ein Nachwuchsfahrer so dicht, dann gerät man von zwei, drei Zehnteln, an einem Werksfahrer dran, dass ich schon von vornherein sage, hier stimmt was nicht. Und wenn wir das sehen, das mag nach außen sehr interessant sein, dass das wie eine Schlange fährt, das ganze Rennen lang. Also wenn du im GT auf Platz 15 im Qualifying warst, dann könntest du eigentlich auch gleich zu Hause geblieben sein, weil das wird nicht mehr nach vorne gehen. Und das ist halt im normalen Motorsport noch anders, weil deine Bremse zählt, wie du die bedienst, dein Gaspedal zählt, wie du das bedienst. Und wenn du das ans Limit treiben kannst, dann bist du halt vorne, wenn du das nicht kannst, übernimmst du kein ABS, kein Antischlupf, die das abzunehmen. Das ist das, was Gerd Berger fordert und was Walter Röll immer noch sagt, dass die damals innerhalb von zehn Minuten waren, die Top drei. Ja. Und heute sind die innerhalb von zehntel Sekunden Top zehn. Und Gerd Berger sagt, wir bräuchten eigentlich 1000 PS Autos ohne Fahrhilfen. Dass der Fernsehzuschauer sagt, das sind wirkliche Helden, das können wir nicht. Und da stehe ich hundertprozentig hinter ihm. Hundertprozentig. Das ist auch so. Und vielleicht kommt das auch. Ich meine, momentan ist es ja so, dass die Werke sagen, wir wollen aber unsere Lenkradschaltungen verkaufen und wir wollen dies und wir wollen das verkaufen. Irgendwann kommen selbstfahrende Autos. Autos werden ja entemotionalisiert. Keiner interessiert sich mehr groß für Autos, wenn man nur automatisiert irgendwie in die Stadt fährt. Und wenn das alles durch ist, dann können wir vielleicht wirklich sagen, so jetzt können wir auch wieder alles manuell machen. Weil im Motorsport können wir uns jetzt nicht mehr positionieren als die Heldenbereiter für Lenkradschaltungen oder was? Richtig. Das ist halt der Punkt. Die Werke wollen sich mit dem, was sie da auf der Rennstrecke haben, natürlich darstellen und Know-how verkaufen. Aber der Rennsport sollte schon ein Stückchen mehr auch fahrerbezogen sein und den durchkommen lassen. Ich meine, geht auch mit Fitness weiter. Eine Endkonsequenz im Auto ohne Servo und mit Handschaltung und all diesen Dingen und auch mal ein Bremspedal, wo ich keinerlei ABS-Unterstützung habe, da muss ich drin arbeiten. Und der gute Nebeneffekt ist, dass ich das ganz schnell lerne, weil die fahren mir nämlich über Dach, wenn ich da drin nicht fit bin, lerne, frühmorgens aufzustehen, Sport zu machen und abends nochmal ein bisschen Sport zu machen, um wirklich in dem Ding nicht zusammenzuknacken. Ja, was beim modernen Auto geht dann weiter, in welchen Sinne, beim Stefan musste dann eine Klimaanlage im Rennauto sein. Und wenn die Klimaanlage über 33 Grad ging, dann hast du schon Strafen gekriegt. Ja, der sagt, bei mir sind 60 Grad, 65 Grad drin. Da muss ich lernen, mit umzugehen. Aber ich bin ja nicht auf dem Sonntags-Nachmittags Boulevard spazierend, sondern ich bin im Rennauto. Aber egal. Ich wüsste, die alten Zeiten, so hat sich das geändert. Auf meine letzte Frage, glaube ich, kenne ich Ihre Antwort. Und zwar, angenommen, was er immer mal wieder so aufploppt, dass irgendwann das Rohöl ausgeht und wir keinen Sprit mehr haben. Das letzte 50-Liter-Fass, was Ihnen zugeteilt wird, wo drin verbrennen Sie es und in welchem Wagen und auf welcher Strecke? Im Capri, hundertprozentig. Das habe ich mir getan. Und auf der Strecke, ja, würde ich wahrscheinlich den Übrigring nehmen. Nordschleife. Sind Sie da jetzt schon mal in Nordschleife gefahren? Ne, ne, mit dem nicht. Ich habe es mal gemacht mit den Baden Escorts. Das war ein ganz interessantes Event. Mit Hans Heyer und Dieter Glemser zusammen. Ah, okay, ja. Und mit Rundumwechsel. Also ich bin erst in dem 1er BDA gefahren und dann habe ich getauscht mit Heyer in dem 2er BDA und ringsherum. Das war irre. Das waren auch zwei völlig unterschiedliche Typen. Also der Hans nimmt das Ding auf der Nordschleife so zur Brust, dass alles abreißt, was abreißen kann. Und der Dieter fährt so präzise, so sauber, an dem geht nichts kaputt. Aber es sind beide gleich schnell. Das ist schon sensationell. Ne, aber das war mal so ein Ding, das hat Spaß gemacht. Mit dem blau-weißen Capri bin ich Nordschleife gefahren, glaube ich, zwei-, dreimal, die 500-Kilometer-Rennen alleine. War auch interessant mal zu sehen. Also Nordschleife ist ohnehin ja schon schwierig. Und ja, von dem Gesamtkonzept, aber auch von der Strecke her, aber von den vielen Autos her und alles. Aber auch selber zu sehen, wie lange hältst du durch? Wie lange bleibst du konzentriert? 500 Kilometer mit dem Ding auf der Nordschleife ist schon gut augen. Ja, aber hat Spaß immer. Toll. Genauso viel Spaß hat das Interview gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch ein bisschen. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, toll. Danke schön. Ein selbstgebauter Autocross-Buggy mit drei Motoren und über 600 PS. Wenn ihr dieses Geschoss sehen wollt und noch einiges mehr, dann schaut mal bei YouTube nach. Da findet ihr viel Material aus der Vergangenheit von Peter Mücke. Und er hat mir nach dem Interview noch seinen Rennstall in der Nähe von Berlin gezeigt. Und das ist wirklich mehr als beeindruckend, wenn man dazwischen Formel-4-Autos, historischen Formel-1, aktuellen und historischen Tourenwagen entlangläuft und der Chef eine Tür aufmacht und sagt so. Und hier fertigen wir übrigens unsere Carbon-Teile selbst. Und da drüben, da ist der Simulatorraum, wo sich die Fahrer auf die nächsten Strecken vorbereiten, bevor sie irgendwo in die Welt ausschwärmen, um das nächste Rennen zu fahren. Toll, auf was für einem Niveau hier Rennsport betrieben wird. Fotos und Infos dazu findet ihr auch bei uns im Netz unter www.alte-schule-podcast.de und folgt uns auch auf unserer Facebook-Seite Alte Schule. Dann verpasst ihr keine Infos mehr rund um diesen Podcast. Nächste Woche habe ich auch einen ganz besonderen Gast. Dann rede ich nämlich mit einem der weltbesten Autofotografen, wenn es um Studioaufnahmen geht. René Staud ist dann mein Gesprächspartner. Bis dahin alles Gute und achtet darauf, dass ihr im Auto möglichst nicht fotografiert werdet. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de www.alte-schule-podcast.de